Musik 58, 57, 56 Hey yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary auf meinem Kanal Eine ruhe ich hier Oh Gott Herrschaft auf Nuketown ist angesagt Hier mit der AN490 mit 3 Aufsätzen, Magazinerweiterung, Schalldämpfer und Schafft Quasi die SKH-Klasse nur mit der AN Und Wie er da liegt Ich hab schon aufgehört auf ihn zu schießen, weil ich dachte er geht down Fuck alter Naja, es wäre auch krass gewesen, wenn er umgefallen wäre Sofort nach Was? Ich vereime noch ein bisschen Und ja Leute, ich werde versuchen natürlich wieder für euch eine Nuklear-Zoll spielen Also Drohne, Orbi und EMP sind hier die Aufsätze Ganz gechillt Yo Ich hab ihn gehört Ich hab ihn gesound-hurt in Black Ops 2 Geil, Mann Drohne raus Okay, die laufen alle zu B Na, was heißt alle? Ein paar Oh Gott So, mal kurz in Deckung gehen hier Warbang Komm, komm, komm Bei Nuketown besteht eh eigentlich sowieso alles aus Papier und Karton Von daher kann man eigentlich durch alles durchschießen Ist eigentlich ganz geil So Okay Ich will jetzt erstmal sicher Leute den Oh meine Fresse Den Orbiter spielen Wie ich mich gerade mitgeduckt habe in Real Life, Mann Oi, 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 oi Oh Ich dachte schon, er wird mich holen Alter Leute, was ist mit meinem Aiming los? Ich verwackele immer so ab und zu Oh, Junge, bist du frech Oh Nein, Mann Fuck Dass da eine Scheiß-S-Mine noch rumlag, hätte ich nicht gedacht So, Aiming muss besser werden jetzt Zack Lol, Selbstmordhilfe Das bringt mir aber nicht so viel Okay Alter, Leute Es sind schon wieder so viele knappe Szenen dabei Spawn, spawn Nein Teammate, bitte bekehr mich nicht, bitte Komm, komm hier hoch, komm hier hoch Da hätte ich dann nichts dagegen So, Capture Kill Auf, lauf, lauf, hinter mir, hinter mir Oh Alter, was ist hier los? Orbit Nice Läuft 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 Abschusskette, komm, 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 komm Abschusskette, Abschusskette, komm, komm Oh, was mache ich, was mache ich? Ja, Abschusskette, Mann Ja, Mann Läuft, Jungs So, ich würde mal sagen Das war der Beginn der Nuklear-Streak Wäre auf jeden Fall ganz nice Oh mein Gott, hey, bist du frech Ich dachte schon, er ist down Oh mein Gott Nein, 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 bitte, bitte, bitte Einf-, sterb-, stirb-, stirb-einfach Stirb-einfach So Oh, bitte, nein, nein, fäng dich Nein, du Hurensohn Oh, nein, nein, oh, nein Oh, Leute, ey Ich wurde irgendwie nervös Ich weiß auch nicht, warum Wie er da liegt, ey Bewegt euch doch mal ein bisschen Gegner Komm schon, komm schon Läuft Da oben kommt gleich einer Komm, zeig dich doch Ey, du Angsthase Ich hätte schon wieder fast Angsthäschen gesagt Okay, die spawnen hier Zwei Stück Okay Gut, Leute Ich hab wenigstens wieder Orbit Also ist auf jeden Fall hier noch alles drinnen Ich muss mich da einfach an der zweiten Halbzeit Ein bisschen mehr anstrengen Das ist übrigens auch gerade erst die zweite Runde oder so Also ich bin noch nicht ganz gut eingespielt Vielleicht liegt es daran, dass ich Ein bisschen behindert gestorben bin, aber nun ja, was soll's Man kann ja nicht immer Glück haben Und alles auf dem ersten Versuch sofort schaffen Was? Ey, ich kriege keine Kills mehr ab Aber wir gewinnen ein bisschen zu früh Okay Oh Boah, Junge Gut, 44,4, erste Halbzeit Alter Aber die Abschlusskette war auf jeden Fall nice, wie ich finde Gefahr eliminiert Ah Zwei war Prezi, Alter So Hier könnt ihr euch kurz die Klasse anschauen auf jeden Fall Magazin, Erweiterung, Schaft, Schallimpfer, alles hier dabei Die ganzen Schwitzerperks natürlich auch Kugelsicherweste, Taktikmesse Und, und, und So Ganz gechillt hier erstmal Orbit raushauen Ich hoffe, die Gegner keppen jetzt wenigstens eine Flagge Bravo wird gesichert Boom, sichert A Charlie ist abgesichert Lol, wieso leckt er so Lol Leer Drohne erwartet Befehle Der Feind hat A Alter, was ist hier los? Bravo ist abgesichert Hä, wo ist er denn? Ich seh ihn nicht Ach da Oi, oi, oi Ich dachte, er ist down oder so Alle Flaggen gesichert Aktuelle Position halten Gut Stirb doch einfach, bitte Alter, ich schieße die ganze Zeit in die Luft Ohne einen Gegner zu treffen Stirb So, Orbit haue ich schon mal raus EMP raus Alles raushauen hier Alles raus Zeig dich, komm, komm, komm Gut Und nachgiebig, Leute Okay, ich muss mich jetzt einigermaßen auch ein bisschen beeilen Gleich ist das Spiel schon aus Ui, ui, ui Da challenge ich jetzt lieber nicht Viel zu Risiko voll Oh Gott Ich hab brutal, aber bin GMP-Granatet, Mann Fuck, ey, ich hasse diese Scheiße Nein, 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 nicht schon wieder Oh, oh Oh, 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 oh Gut Habe ich Nuklear? Jawohl, Leute Nuklear live Ich kann jetzt nochmal synchronisieren Fünf Vier Drei So Auf Gunstück oder so kann ich jetzt nicht mehr gehen Oder auf Double Vor einer Zeit natürlich schon, aber Wir gewinnen leider jetzt schon wegen den Herrschaftspunkten So Oh nein Stirb Jawohl Nice Oh, Pumpe Er spielt Pumpe Okay, da spawnt einer Okay, Leute Dann bin ich ja erleichtert Weil ich wollte das Video heute jetzt noch so schnell wie möglich hochladen Dass es jetzt sofort auf den ersten Versuch wieder geklappt hat mit der Nuklear Ist natürlich nice Freut mich Okay 68,4 ist der Endscore Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen, Leute Und Ja Haut rein Bis zum nächsten Mal Wir werden den Kommentar nicht vergessen Bis zum nächsten Mal